Das Leben ist kurz. Das ist alles, was es zu sagen gibt. Holen Sie aus der Gegenwart heraus, was Sie können. Mit Bedacht, mit Recht. Wer im Einklang mit sich selbst lebt, lebt im Einklang mit dem Universum. Es ist albern, den Fehlern anderer Menschen entfliehen zu wollen. Sie sind unausweichlich. Versuchen Sie einfach, Ihren eigenen Fehlern zu entkommen. Der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was wir tun können, ist zurücklächeln. Denke daran, dass für ein glückliches Leben nur sehr wenig nötig ist. Es liegt alles in Dir selbst, in Deiner Denkweise. Untertitelung des ZDF, 2020